Hi, ich bin Marie und ich bin süchtig. Ich bin absolut süchtig danach, mein eigenes Essen anzubauen. Und deswegen ziehe ich jedes Jahr aus einer Handvoll Samen den ganzen Gemüsegarten, baue unser Obst komplett selber an, wir brüten Küken aus und holen frische Eier aus dem Hühnerstall. Wir ernten körbevoll knallbuntem Gemüse und füllen dann im Sommer unsere Vorratskammer mit selbstgemachten Köstlichkeiten. Also wenn du Gärtnern und Selbstversorgung genauso spannend findest wie ich, dann sei gerne mit dabei.